Hallo Leute und damit Willkommen zurück zu Donkey Kong Country mit Flash Mit Centos, dem Black Scream Erzeuger Ja, ne du mich auch Wir durften eben die vorige Aufnahme abbrechen, weil er ein Black Screen hatte Ja, passiert Naja Besonders weil, wenn sich ein Programm mit einmal meldet Ja, wenn das Admin-Programm sich meldet, dann muss es halt gemacht werden Ja, soll ordnen Genau das gleiche Problem hatte ich nämlich auch schon Durchatmen und weiter geht's Durchatmen und weiter geht's Ui Das ist so gemein Boah, das ist eigentlich relativ fast das gleiche Er wird schneller Boah, da ist er Ach, da ist er Ja, da kommt er gleich hier hoch Sag ich Runter Nein Doch, der Pfeil nach unten war das doch Ich weiß Ich weiß Oh, die Nerven Ja Ach komm schon, Jungs Ich hab dich geschafft Ne, den Pfeil wollte ich nicht runter Krass, dass ich erstmal in Kaufraum getroffen wurde Warum das denn Hätt mich denn da getroffen Ah, keine Ahnung Aber tröste dich das Du hast ja immer noch deine 33 Level Ich wollte gerade sagen, du hast immer noch deine 33 Level Aber das wäre fast nicht mehr so gewesen Ja Weißt du was das Problem war eben? Den Knüppel hatte ich eben wieder in der Hand Was hast du in der Hand? Den Knüppel habe ich wieder genommen Achso, den Knüppel Ne, dann nimm doch nur das Steuerkreuz Ja Was will ich denn andauern? Ja Den Knüppel willst du die ganze Zeit Aber irgendwie machst du das falsch Du willst die ganze Zeit nur den Knüppel in der Hand Hetz Maul Gleich ist nix Ich bin nur ein Optimist In der Sache Ein Pessimist Ein Pessimist Nein, ein Optimist in der Sache Ein Pessimist Ein Pessimist Ein Pessimist Ein Pessimist Boah Ich rück daneben Halt die Frisse, Flash Ihr habt das schon vorher schon gesehen Ne, aber das ist echt das Problem, dass er ab und zu nicht abspringen Ne, du bist auf die Kante gerückt und dann, ja Ich weiß auch nicht warum Ach, laber nicht So, meine Freunde Mit euch spiele ich nicht mehr, seid scheiße Mächtet ihr das nicht? Ach, komm, er verpisst sich doch Mann war das super Das auch Top 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 bei mir ruckelt das gerade bei mir jetzt auch ein bisschen 44 jetzt kommt 0,4 fps hatte der eben bei mir warum so wenig jetzt hat er wieder 50 das liegt aber dieses darunter ich trau mich manchmal bei den dingen nicht nein gibt 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 es lustig anzusehen woher war das noch mal wer war das noch mal bananen in den pyjama gibt das lief früher auf kicker gibt so ein cheater jetzt wie das vor ist kinderkanal was mein gott du bist so behindert nein bin ich nicht nein doch bist du achte oben ist ein plattform habe ich jetzt erst gesehen oh level 20 das level für zentos ja weil das hat schon da war ja das zieht dich alles mit nach vorne im bildschirm das heißt ich bin schon in der luft eigentlich schon gestorben ich will das fast weg nehmen sonst greift das fast und schwingt direkt in das neue fass rein ja ich weiß so ein cheater aber ich schaffe das toll und gleich noch der koko mann weil ich habe doch gedrückt hast du nicht habe ich hatte ich schon längst berührt gehabt man weiß ja wann das kommt aber man drückt einen kleinen tic zu spät jetzt kann ich jetzt kann ich super viele wetten abschließen wie viele leben du verlierst 30 stück als maul tröselig werde hier auf 15 das ist komischerweise schneller ja weil auch nicht so schwer und fett ist also schwer im weltfall im grunde groß und fett ist da sind damit schmiedern warum springen im armen kraft ich kräfte ich habe ja da nicht gekriegt klar die habe ich eine habe ich auch gekriegt ja eine davon und nicht beide doch leck bei mir leckt das gerade wie bekloppt die auch nein weil du die damals hoch anstellt 30 reichen ich stehe doch kein fbs ein brauchst du noch nicht jung was ist mit der los hier falsch damit kann auch noch nicht über das gibt mir jetzt nach so ausgeschafft ja jetzt geht das wieder mit dem fbs das lag geben weil das immer schneller wurde ja das ist doch geil ehrlich das liegt wahrscheinlich auch an der version oder war das bei beiden gleichzeitig gleich wenn man immer schneller wird ich hasse dieses level ok go 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 power ranger rutscht genau ab bei mir hast du nur geleckt luft unten warst du ficken kacke sowas kacke so centros erste leben verlierst du gleich schon an der biene kannst du mal die schnauze halten flash jahr du hast darüber zuce ich werde ich hab schon gesagt ja one an 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 in diesem level bis glaube ich habe ich da nur einmal gebraucht für den tempel war glaube ich aber da weiß das nicht nur muss man in die videos gucken also es gab es da habe ich mich so lange für gebraucht wie ich jetzt brauche am text gibt jetzt kroko gibt jetzt kroko danke auch nach so ein dreckiger leute am besten soja deiner gesichtsform liegt das gerade man scheiße ich hast greifen da kommt eine die biene macht zum 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 warum denn nicht so weit ja ja das ist beim xbox und sowieso ein bisschen beschissen das controller zu halten ja ich frage mich auch wieso beim xbox controller das nicht umgekehrt was also dass der steuerkreuze oben ist und der stick unten er ist auf der gleichen höhe ist ja 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 stimmt gar nicht erstes jahr war die knippen bei ihm da sind beide auch vergleichen höhe er die knüppel und die tasten und die knüppel und die steuerkreuze sind nach der kippe sind unten und die steuerkreuze oben können wir auch im ps3 controller und dann muss diese motion joy dafür nehmen wenn man sollte es auch einsam ja ja ich weiß warum ist denn auch ein die weg weiß ich nicht weil er hat die knutscht hat und ihr könnt kann die nun bekommen bock hüter jetzt geht es aber jetzt hört man den also klein bisschen also bei mir hört man ein bisschen aber seine aufnahme hört man ihn natürlich für mir und sagen wir immer so also in einer weise mit dem los normalerweise noch einmal dann machen wir cut und ich glaube dann könntest du nun gehen mit dem gehe ich nicht so viel zu warm draußen und mir ist das recht frisch ist richtig drücken warm draußen kaum ist man wieder weg da und dann ist das hier ja so besser so springen an ja und hier habe ich voll vergessen ich schwitze mich schon hier wenn es ist nicht so vom spiel ja so richtig hier ist ja ich würde sagen hier machen wir jetzt mal katten kurzen karten und dann und bis gleich tschüss 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 ich kann meine taste nicht drücken